Und ein Ort, an dem es hier bei uns in Duisburg auch gerne öfter mal musikalisch zugeht, ist der Steinhof und der feiert zehn Jahre bestehen. Und vom Steinhof begrüße ich heute Abend bei uns im Studio Arno Eich. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Delau. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, zehn Jahre ist eine ordentliche Zeit, auf die Sie da zurückblicken können, wenn Sie da so ein Fazit ziehen. Wie fällt es denn aus? Und die Zeit ist im Flug vergangen. Das ist das eine. Vor allen Dingen, wenn man immer in die Zukunft plant und in die Zukunft denkt, durch den Kulturbereich bedingt, dann lebe ich eigentlich immer so anderthalb Jahre im Voraus. Dann gibt es tolle Veranstaltungen, auf die man sich freut und dann sind Sie schon da. So vergeht die Zeit. Also von daher gefühlt eine sehr kurze Zeit, zehn Jahre. Wenn Sie auch gerade so an die Anfänge denken vom Steinhof, was sind da noch so prägnante Dinge, die Ihnen als erstes in den Sinn kommen? War wahrscheinlich nicht immer ganz einfach, oder? Der Start war überhaupt nicht einfach. Also wir mussten ja erstmal den alten Verein abwickeln, um überhaupt die Möglichkeit zu erhalten, wieder Kooperationspartner zu finden. Und da gab es damals über drei Millionen Euro Verbindlichkeiten. Also auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, die ist da nicht so ganz einfach gefallen. Und viele haben gesagt, seid ihr eigentlich bekloppt? Also das trifft jetzt auf Elke Sommer und mich in erster Linie zu, die wir da am Anfang dann eben als Protagonisten gewirkt haben. Und dann gab es aber Gott sei Dank, hat auch etwas gedauert, muss man sagen, über zwei Jahre. Gut, den wir weile haben, sagt man ja. Ja, ja, muss man so sehen. Es gab aber auch Menschen, die wir überzeugen konnten. Und von da an hat dann die ganze Geschichte auch Fahrt aufgenommen. Hat Fahrt aufgenommen, weil sowas baut sich ja auch nicht von selbst. Denn es war im Rohbau fertiggestellt, andere Teile waren zum Teil fertiggestellt, mussten aber wieder komplett zurückgebaut werden, weil der Brandschutz nicht gegeben war, weil bauliche Mängel da waren, also auch Fehler gemacht worden sind. Und da müssen wir sagen, da haben wir Glück gehabt, auch durch bürgerschaftliches Engagement, Spenden, Sachspenden, viele Sachspenden, Materialspenden. Aber auch eben Partner hier in der Stadt, vor allem nämlich die GEBAK, auch der damalige Oberbürgermeister Adolf Sauerland, den möchte ich auch mal ganz positiv in diesem Zusammenhang erwähnen. Ohne den gäbe es den Stein auf mich, muss man sagen, der auch die Möglichkeiten erkannt hat und der uns auch Vertrauen geschenkt hat. Und ich glaube, nach zehn Jahren kann man sagen, jetzt oder das sind ja jetzt eigentlich schon zwölfeinhalb Jahre dann, nicht, auch zu Recht. Wenn Sie so auf verschiedene Veranstaltungen blicken und auch so auf die Besucherzahlen, ist das so ein stetiges Auf und Ab oder ist es eher so, dass es bergauf geht? Wie ist so Ihr Eindruck? Was würden Sie sagen? Also unser Ziel ist nicht zwingend immer ausverkaufte Veranstaltungen zu haben. Für uns ist es wichtig, ein ausgewogenes Programm anzubieten. Das heißt, möglichst flächendeckend verschiedene Geschmäcker zu erreichen und bestimmte Dinge abzubilden. Schön ist natürlich, wenn es ausverkauft ist, gar keine Frage. Aber wir haben zum Beispiel vor einigen Wochen Tommy Engel gehabt, ein Konzert, ein Gänsehautkonzert. Das Beste, was ich aus meiner Sicht vielleicht mit dem Standauf gesehen habe, waren 250 Besucher da gewesen. Da sind wir mit einem blauen Auge rausgegangen, aufgrund unserer Ehrenamtlichkeit. Aber ich möchte da keine Sekunde vermissen. Ja, wenn Sie jetzt auch nochmal auf den Platz blicken, den der Steinhof so zu bieten hat. Das ist für ca. 900 Personen ausgelegt. Sie sagen gerade, verkauftes Haus ist für Sie jetzt nicht unbedingt zwingend ein Muss. Aber was macht denn so aus Ihrer Sicht den Steinhof so besonders oder auch aus? Oder was sind so auch die Rückmeldungen der Besucher? Also wenn wir jetzt im Kulturbereich oder uns auf den Kulturbereich fokussieren, ein Stück weit, dann haben wir auch schon tausend Leute da gehabt, was gar kein Problem ist. Aber wir nutzen auch unsere Obergrenzen nicht aus, weil wir sagen, Komfort gehört dazu. Ein gutes Angebot. Hygiene muss stimmen. Die Sauberkeit muss gewährleistet sein. Komfort aber auch in der persönlichen Wohlfühlzone gegeben sein. Man muss tanzen können, man muss sich ein Bier holen können, man muss auf die Toilette gehen können, ohne über andere Leute zu stolpern. Das ist ganz wichtig. Doro Pesch war bisher, da haben wir mal tausend Zuschauer gehabt, weil die kommt aus Düsseldorf. Da haben wir so viele Anfragen gehabt, da haben wir so viele Gäste gehabt, da haben wir gesagt, machen wir. War auch gut, gar kein Problem. Es passen mehr Leute in den Steinhof rein, theoretisch. Also zumindest von den Möglichkeiten her. Aber unser, wie gesagt, unser, so breit wie wir aufgestellt sind. So breit wie wir aufgestellt sind, vom Kinderprogramm bis hin eben zu Seniorenprogramm, ich will das mal so beschreiben, vom Comedy über Kabarett bis hin zu erstklassiger Musik auch. Das macht es auch, das vermittelt auch die Freude, zum einen für uns, merkt man vielleicht auch ein Stück weit, wenn ich darüber erzähle. Zum Zweiten aber auch, glaube ich, ist das, was uns widergespiegelt wird durch Besucher, die ja doch sehr gut zu uns strömen. Also unser Haus, das weiß ich aus den Rückmeldungen von Künstlern, ist im Vergleich zu anderen Häusern immer noch sehr, sehr, sehr gut besucht. Wie erklären Sie sich denn auch, dass der Steinhof so ein durchweg positives Feedback bekommt? Also hat es auch so ein Stück weit mit der Location als solches zu tun? Jetzt auch mal abgesehen von dem bunten Programm, was Sie bieten mit Vielfalt? Ja, also wir haben die Location ja stetig weiterentwickelt. Also ich sage jetzt mal auch in der Qualität weiterentwickelt. Wir haben mittlerweile ganz viele Veranstaltungen für Firmen, Firmen-Events, wir haben Ausstellungen. Wir ziehen viele Kunden aus Düsseldorf, auch als Duisburger Unternehmen, glaube ich auch nicht selbstverständlich. Also von der Messe oder ähnlichen Events ziehen wir eben Kunden nach Duisburg. Wir haben sehr viele Hochzeiten. Unsere Event-Location haben wir auch eine eigene Homepage. Die ist, glaube ich, super angeboten oder angenommen. Wir haben kein Wochenende mehr dieses Jahr zur Verfügung für Hochzeiten. Und in der Woche haben wir eben auch ganz große oder viele große Firmenkunden, die uns besuchen, auch ganz wichtig. Das ist ein Aspekt, der sicherlich eine Rolle spielt. Der andere ist, und das ist ein ganz wichtiger und war auch Triebfeder, den Steinhof überhaupt zu errichten, sind unsere Vereine. Unsere Mitgliedsvereine, in der Regel auch gemeinnützige Vereine, ich nenne nur mal beispielhaft den Bürgerverein, die Schützenbruderschaft, die Malteser, den Männergesangsverein, die ihr Vereinsleben eben bei uns ausleben. Die haben eine Plattform bei uns, die es vorher nicht mehr in Hooking gab. Denn die Vereinskneipe als solche aus den 60er, 70er, 80er Jahren noch, die haben alle zugemacht. Es gibt keine Möglichkeiten mehr, Räume zu nutzen. Und das ist für uns natürlich auch ganz wichtig gewesen, deswegen auch Bürgerzentrum, da eine Möglichkeit zu schaffen, den Vereinen die Heimat zu bieten. Und selbst auch Programme anzubieten, selbst Menschen zu ziehen, auch in der Jugendarbeit und sich dort auszuleben. Herr Eich, jetzt haben wir eben so ein bisschen über die, ich merke schon, Sie sind im guten Redefluss, das ist auch ganz großartig. Ich will natürlich nur versuchen, viel unterzubringen. Jetzt haben wir eben auch so ein bisschen über die Anfänge gesprochen. Hätten Sie denn jemals für möglich gehalten, dass sich das in so eine positive Richtung entwickelt, als, ja, damals es sich ja auch noch sehr schwierig gestaltete? Ja, ich war immer optimistisch und auch positiv optimistisch. Wie gesagt, es waren eigentlich immer Menschen und sind Menschen am Werk, glaube ich, die von ihrer Serialität her belastbar sind. Das war im Grunde genommen der Grundpfeiler, der eben Vertrauen uns zugespielt hat, dass wir dann auch wieder und zurückgeben konnten. Das ist aber in der Anfangsphase umso wichtiger gewesen, weil Sie können sich vorstellen, wenn ein Verein mit über drei Millionen Euro Verbindlichkeiten ein Projekt übernimmt, wie dann ihre Kooperationspartner auf Sie zu sprechen sind. Das waren sehr schwierige Zeiten. Aber trotzdem war ich positiv optimistisch und das hat sich die ganze Zeit über auch weggezogen. Wir haben kein Geschäftsjahr abgeschlossen mit einem Defizit. Keins. Ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich und heute mit unseren acht Angestellten, ja, stehen wir auch noch wirklich gut da. Ja, das klingt auf jeden Fall alles, ja, sehr vielversprechend und ich glaube, man kann mit positiver Zuversicht in die Zukunft schauen, auf mindestens die nächsten zehn Jahre. Ich drücke Ihnen dafür ganz fest die Daumen und bedanke mich sehr für Ihren Besuch. Gern geschehen. Vielen Dank, dass ich jetzt er durfte.